Musik Also wir haben an diesem Stand jetzt wahnsinnig viele gute Erlebnisse gehabt, viele interessante Erklärungen, gute Kunden und vor allem eben auch abwechslungsreiche Kunden vom Architekten über Privaten, über Handwerker. Was wir jetzt viel gehört haben bei uns am Stand ist, dass es halt schön ist, dass man bei uns noch Produkte anlängen, dass man etwas bedienen kann, dass man dann auch weiss, wenn man von einem Ausseralladen spricht, was das für Material ist oder wenn man ein Fenster bedient, wie das ein Gefühl ist, dort hinten dran zu stehen. Darum wird es so eine Ausstellung auch immer geben. Der Stand ist sehr ansprechend, was ich hier antroffen habe. Es ist cool, auch die neuen Sachen, die man wieder sieht und auch die Einführung zum Morgen mit der Präsentation ist sehr willkommen gewesen. Was für uns natürlich ganz wichtig ist, Neuigkeiten, Erneuerungen, neue Sachen. Und darum können wir ja schauen, wir wissen im Vorfeld durch Prospekten und Preislisten, was auf den Markt kommt. Und das ist dann auch so ein bisschen der Zeitpunkt, wo wir natürlich nachher schauen können. Und dann sehen wir das erste Mal vor Ort, was sich da verändert hat und können da so ein bisschen unsere eigene Meinung machen. Ich glaube, Velux ist ein Produkt, das gleich Dachfenster, gleich Velux oder Velux gleich Dachfenster ist eigentlich bei allen Leuten bekannt. Velux spricht für Qualität. Ich glaube, es ist ein Produkt, das sich schon langjährig bewertet und sehr innovativ ist und auch neue Ideen überbringt.